Ich habe die Aufgabe zu Ende gebracht, die einst ein namenloser Halbkopf ins Bote, der jetzt tot ist und betrauert wird, tief im Herzen von Am begonnen hat. Myriade hat den Brief ihres Mannes aus meiner Hand empfangen und ich bin froh zu hören, dass es um seine Sicherheit gut bestellt ist. Sie hat mir einen Ring zum Geschenk angeboten, der mich beschützen soll und dieses Geschenk erfüllt mich mit Dankbarkeit. Sei es Zabai oder Abagla, aber ich weiß es nicht, aber ich werde diesen Ring tragen, nicht zuletzt um mich ihrer zu erinnern. Ja, sehr badisch-poetisch. So, eine leere Nachtschränkchen. So, auserwählte Mithras, okay, auch mal nicht. Aber was wir machen können, ist jetzt mal das Buch lesen. Die Geschichte der Toten, drei Knöchelbeine, Schädelrollen und der leere Thron. Vor langer Zeit gab es nur einen Gott der Zwietracht des Todes und der Toten. Und er war unter dem Namen Järgal Fürst über die endgültige Bestimmung aller Dinge bekannt. Järgal blühte auf, wenn zwischen Sterblichen oder anderen Mächten Zwietracht herrschte. Wenn sich Wesen in ihrer Gier nach Macht oder aus Hass gegenseitig töteten, hieß er sie in seinem Schattenreich der ewigen Düsternis willkommen. Da alle Dinge sterblich waren, kamen auch schließlich alle zu ihm. Und mit der Zeit konnte er seine Macht zu einem Königreich ausbauen, dem kein anderer Gott das Wasser zu reichen vermochte. Doch letztendlich wurde er seiner Pflicht müde, da er sie zu gut kannte. Ohne Herausforderungen entsteht nichts und im Nichts herrscht nichts als Düsternis. In einem solchen Zustand kann nicht mehr zwischen der absoluten Macht und der absoluten Machtlosigkeit unterschieden werden. In dieser Zeit erhoben sich drei mächtige Sterbliche, Bane, Baal und Myrkul, die nach Järgals Macht strebten. Die drei spielten einen ruchlosen Prahn, der besagte, dass sie bei dem Versuch, diese Macht zu erlangen, ihr Leben aufs Spiel setzen würden. Sie schritten auf der Suche nach wirksamer Magie und Zaubern die Längen und Breiten der Reiche ab und dann kamen immer wieder nur knapp dem Tod, welchen Monster sie sich auch in den Weg stellten und welchen Zaubern, die sie die Stirn boten, die drei Sterblichen blieben stets unversehrt. Schließlich vernichteten die drei einen der sieben verschwundenen Götter und jeder nahm sich einen Teil seiner göttlichen Essenz. Dann reisten die drei in die graue Steppe und suchten die Knochenburg. Sie kämpften sich einen Weg durch Armeen von Gerippe, Legionen von Zombies, Horn, körperloser Untote und Leichname. Schließlich hatten sie das Ziel ihrer Suche erreicht, den Knochenthron. Ich beanspruche diesen Thron des Bösen von mich, rief Bane, der Tyran. Ich werde euch vernichten, bevor ihr einen Schritt weiter geht, drohte Baal, der Meuchelmörder. Und ich werde eure Essenz für alle Ewigkeit einkerkern, versprach Mykul, der Merikomand. Jägerl erhob sich mit einem müden Gesichtsausdruck von seinem Thron und sagte, der Thron gehört euch, ich bin dieser leeren Macht müde, nehmt sie euch, wenn ihr das wünscht. Ich verspreche euch, als Senneschalt zu dienen und zu führen, bis es euch in der Rolle wohl ist. Bevor das erstaunende Trier reagieren konnte, fuhr der Todesfürst fort. Wer von euch wird Herrscher sein? Die drei stürzten sofort wieder aufeinander los, während Jäger gleichgültig zusah. Als er schließlich den Anschein machte, dass sie entweder alle drei vor Erschöpfung sterben oder eine Ewigkeit lang weiterkämpfen wurden, griff der Fürst über die endgültige Bestimmung ein. Wollt ihr wirklich mit gar nichts enden, nachdem ihr all diese Opfer gebracht habt? Warum teilt ihr diese Aufgaben des Herrschers nie untereinander auf, um versucht euch gegenseitig an Geschick zu übertreffen, fragte Jägerl. Bane, Bahl und Mykul überlegten sich das göttliche Angebot und erklärten sich einverstanden. Jägerl nahm die Köpfe seiner drei mächtigsten Leichnam und gab sie den dreien, sodass sie sich im Schädelwerfen messen konnten. Jeder Sterbliche rollte einen Schädel über die graue Steppe, nachdem sie vereinbart hatten, dass der siegen sollte, der seinen Schädel am weitesten geworfen hatte. In diesem Augenblick traf Malar der Fürst der Tiere ein, um Jägerl zu besuchen. Nachdem er sich schnell vergewissert hatte, dass der Sieger des Wettbewerbs Jägerls ganze Macht erhalten sollte, lief er den drei Schädel nach, um dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb unterbrochen würde, bis auch er daran teilnehmen konnte. Bane, Bahl und Mykul begannen erneut sich zu bekämpfen, da ihre sportliche Betriegung offensichtlich gestört war und Jägerl griff noch einmal ein. Bahl überlasst ihr die Entscheidung nicht der Göttin des Glücks, damit ihr nicht mit dem Raubtier teilen müsst. Die drei erklärten sich einverstanden und Jägerl brach von einem Skelett die Fingerknochen ab, um sie an die Teilnehmer auszuhändigen. Als Malar von seiner Jagd nach den Schädeln zurückkehrte, musste er feststellen, dass die drei soeben eine Runde Knöchelziehens beendet hatten. Bane rief freudig aus. Als Sieger habe ich beschlossen, für alle Ewigkeit als der oberste Tyrann zu regieren. Ich kann beliebig Hass und Zwietracht sehen und alle, die sich in meinem Königreich aufhalten, müssen sich vor mir verneigen. Mirkul, den den zweiten Platz belegt, erklärte, doch ich wähle die Toten und dadurch bin ich der eigentliche Sieger, denn alles, was ihr beherrscht, Bane, wird schließlich mir gehören. Alle müssen sterben, sogar die Götter. Bahl, der den dritten Platz erreicht, hatte erhob nur seinerseits einen Einwand. Ich wähle den Tod und durch meine Hand wird alles, über das ihr herrscht, Fürst Bane, schließlich am Fürst Mirkul übergehen. Ihr beide müsst mich ehren und meinen Wünschen gehorchen, denn ich kann euer Königreich zerstören, Bane, indem ich eure Untertanen ermorde, und ich kann euer Königreich verkommen lassen, Mirkul, indem ich niemanden mehr töte. Malar schrieb wütend auf, doch er musste sich mit dem Ergebnis abfinden, und einmal mehr blieb ihm nur die Herrschaft über die Raubtiere. Und Jäger lächelte nur, denn er war endlich erlöst. Tja, die drei dunklen Götter, Bane, Bahl und Mirkul. Hass, Mord, Wut. Also nicht tot direkt, sondern tote. Das ist ja so ein bisschen hier speziell, bei Mirkul ist der Gott der Toten, der sich also um die kümmert, die gestorben sind, und nicht der, der sie umbringt, was der Gott des Todes wäre. Was Bahl eigentlich auch nicht ist, weil er erst der Gott des Mordes ist. Also er stiftet Mörder an zum Morden. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, es ist ziemlich hervorgehoben, warum Bahl wichtig ist. Ich meine, sieht man es noch irgendwo gut. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist ja so die Sache mit der Enhanced Edition. Ah, da ist abgesperrt. Karl und Jürgen. Ich rate euch, wenn ihr eures Aufenthaltssiedlung hausagt, bestes Benehmen an den Tag zu liegen. Ich werde es sehr genau beobachten. Ah, ihr werdet beobachtet. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dann beobachtet hier mal. Wenn wir in Safana. Auf Beutejagd geht. Halt, wir müssen ja nicht gleich im Versturter empfangen. Ich halte hin und wieder ganz gern Gesellschaft, aber die meisten Leute in der Stadt sind da wenig zurückhalten. Ich verstehe einfach nicht, warum geht der Geheer her. Er besitzt ein so schönes Heim und scheint recht nett zu sein. Vielleicht liegt es an den beiden Wachen, die er beschäftigt. Es überrascht mich nicht, dass ihr wenig Besuch habt. Freiwillig würde sich niemand diesen beiden Gorillas an der Tür aussetzen. Eure zwischenmenschlichen Probleme interessieren mich nicht. Das Haus ist reich, also so bin ich eingetreten. Es ist gut bewacht. Also werde ich wieder gehen. Nehmen wir mal das Erste. Das ist eine bedauerliche Möglichkeit. Ihre Posten scheinen Ihnen wirklich ein wenig zu sehr zu gefallen. Aber es ist mir schon lieber, wenn ich sie habe. Ich glaube kaum, dass ich mich ohne sie sicher fühlen würde. Vor allem mit dem Blick auf die Räuberüberfälle auf dem Land. Wenn es mal wieder etwas ruhiger wird, kann ich es mir vielleicht auch wieder leisten, das Haus etwas offener zu halten. Geht es bitte? Mir schwitzt noch so viel im Kopf herum. Wenn das euer Wunsch ist. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch tue ich alles. Mit Vergnügen. Ein Dolch. Buch. Buch. Noch ein Buch. Buch. Verschlossene Sachen. Edelsteinchen. Oh, ein Stab. Ränke. Ja, mein Schad, wenn das euer Wunsch ist. Noch was verschlossenes. Leer. Und hier hinten hängt alles voller Klammer. Das hier ist ein Unsichtbarkeitstrank. Ja, für dich. Stab der Blitze. Den verkaufen wir. Den will ich nicht haben. So mächtig und böse Blitzstrahler auch ist, umso gefährlich ist das Scheiß auch. So, das heißt, wir haben noch diese drei Häuser hier. Weil in denen war ich definitiv schon drin. Die Türen sind nämlich noch offen. Für euch. Mit Vergnügen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Was habt ihr hier drin zu suchen? Das ist mein Haus. War mein... Ach, jetzt ist es sowieso egal. Egal, ob ihr reinkommt oder nicht. Meine Familie ist bereits auf dem Weg zu unserem Verhandeln, dem Ballostor. Ich werde bald folgen. Sicher fühle ich mich erst wieder, wenn ich mich in den geheiligten Mauern der Stadt befinde. Kommt nur herein. Hier gibt es sowieso nichts mehr zu stehlen. Ich fühle mich so mit Vergnügen. Die vielen Überfälle durch Räuber haben die Bevölkerung von Beric aus den Angst und Schrecken versetzt. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, hier scheint es echt nichts mehr zu geben. Außer 17 Erfahrungspunkte. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So, da sind es nur noch die beiden Gebäude und dann können wir ab zum Tempel. Ja, mein Willen, das euer Wunsch ist. Hier unten ist mal niemand. Ist hier eine Falle dran. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geschichte des Nordens. Geschichte des Mondsees. Ja, mein Willen, das euer Wunsch ist. Aber natürlich, Schätzchen. Mal was Geld. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, letzte Tür. Was hat der denn noch zu sagen? Hört, hört. Der Verbrecher Basilos ist tot. Der Held, Renuier, hat ihn umgebracht. Das ist in unserer Stadt stets Willkommensein. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Ihr braucht nur zu fragen. Hallo, Schatz, du bist recht früh. Oh, Entschuldigung, ich habe euch... Ich habe in der Tat Besuch erwartet, aber nicht solchen wie euch geht, bevor meine Begleitung kommt. Ich werde dich zulassen, dass ausgerechnet jemand wie ihr mir die Stimmung vermisst. Jammer, wenn das euer Wunsch ist. Sehr freundlich. Wenn das euer Wunsch ist. Geld und Ringen. Nichts. Nichts. Oh, Safana gibt mal so einen Kommentar ab. Gut, da sind wir jetzt fertig mit unserem Häuser-Side-Scene. Wie ihr wünscht. Dann können wir uns jetzt als nächstes dran machen, erstmal den Mörder Basilos abzugeben und dann hier alles aufzudecken. bis, aber jetzt muss ich unsere Wunsch zett und dann rausnehmen. Ja, ich werde so einen